Liebe Papi, ich bin so unendlich dankbar und froh, darf ich mit dir und deinen Liebsten hier im wunderschönen Prigels deinen 80. Geburtstag feiern. Ich könnte mir wirklich keinen besseren Papi vorstellen wie dich. Und ich habe dich so fest lieb. Ich wünsche dir weiterhin Gottes Reichsten sagen und dass all deine Wünsche und Träume wahr werden. Liebe Dave, alles, alles Gute zum Geburtstag. Beste Gesundheit, bleibe bis in den nächsten 100 Jahren. Du können euch zwei auch ohne Filter haben. Papi, jetzt bitte zurücklehnen und geniessen und in alten Zeiten schwelgen. Hier mit Marianne und mit Eli. Benno da, du als Firmgötti, dann ist Mamico deine grosse Liebe. Daraus sind entstanden Claudia, Karin und ich. An den Familienfester hatten wir leider immer viel Spass und waren aktiv. So aktiv wie du. Noch auf dem Bike. Und nicht nur auf dem Bike, sondern auch auf der Skipiste mit der Mami. Apropos Fussball. Ja, dein Herz schlägt immer noch hoch. Um das Haus herum gibt es immer viel zu tun für dich. Du bist ja wirklich ein Wohlgeruch. Nicht nur deine Rosen. Der Garten hat es immer viel Leckers. Wenn doch da nicht die Keiben Schnecken wären. Aber ich glaube, die haben jetzt ein neues Hobby gefunden mit Rutschbahn fahren. Und wenn es dir stinkt, dann zündest du einfach den Turbo und und gehst auf die Priegels. Und geniessst es dort. Dann könnt ihr nämlich wieder beide über vier Berge strahlen. So wie die Sonne im Herbst. Dort trifft man euch sicher auch wieder beim Wümmen an. Die Zeit geht so schnell und schon schnappst du dir wieder deine Schaufel. Aber bitte, Papi, immer schön anrufen und geniessen mit der Mami und mit deinen Liebsten bei Kaffee und Kuchen. Und wir stossen jetzt auf dich an. Möge dein Leben weiterhin ein Feuerwerk sein. Mit oder ohne Lottogewinn. Liebe zählt. Das ist das Wichtigste.